Willkommen zu Kapitel 3 und dem letzten Part von Ocean Eyes. Viel Spaß. Eine Woche war vergangen. Hermine stürzte sich wieder in die Uni, versuchte sich mit ihrer Hausarbeit abzulenken und arbeitete nebenbei im Ministerium in einem kleinen Büro, in dem sie gut Geld verdiente, um ihr Studium zu finanzieren. Ihre Eltern hatten ihr angeboten, sie finanziell zu unterstützen, doch dies wollte sie nicht. Immerhin war es wirklich nett genug, dass sie sie mietfrei bei sich wohnen ließen. Eine Wohnung zusätzlich wäre einfach zu teuer. Ihre meiste Zeit verbrachte sie nämlich entweder am Laptop, in der Bibliothek, im Büro oder in dem kleinen Café, wo sie zusätzlich am Wochenende etwas Geld verdiente. Sie konnte so gut Geld beiseite legen. Heute war Samstag. Das hieß, dass sie Schicht hatte im Café. Und diese Ablenkung tat ihr wirklich gut. Gerade heute hatte sie dies gebraucht, denn die Woche vor dem Laptop und dem Ministerium hatten ihr wirklich viel Kopfschmerzen abverlangt. Es war schön, auch mal unter Menschen zu kommen, auch weil ihre Freunde meistens zum Kaffee trinken und Kuchen essen vorbeikamen. So fühlte es sich nicht wirklich nach Arbeit an. Sie hatte sich ihre grüne Schürze um die Hüfte gebunden, ihre Haare zur Hälfte ganz hoch gesteckt und sich kleine Kreolen angezogen. Geschminkt war sie heute kaum, sie war viel zu fertig von der Woche, aber Mascara trug sie und etwas Lippenstift. Ihre tausenden Sommersprossen ließen ihr Gesicht nicht ganz so leer wirken, zumindest sah sie besser aus, als sie sich fühlte. Die Woche war die schwerste in ihrem Leben. Verdrängte Probleme waren immerhin keine gelösten Probleme. Die Flashbacks an die Nacht mit Malfoy holten sie bei jeder ruhigen Sekunde ein. Beim Duschen, beim Essen, beim Spazieren, beim Musikhören. Selbst das Zeitunglesen erinnerte sie an ihn. Es musste nur ein Wort mit Ma anfangen und sofort kam er ihr in den Sinn. Sie hatte sich so sehr gewünscht, dass der Sex zumindest schlecht war, aber es war atemberaubend mit ihm. Und er war ein unfassbar zuvorkommender Mann. Sie musste sich eingestehen, dass sie sich wohl etwas verknallt hatte. Sie hoffte einfach, dass dieses blöde Gefühl wieder schnell verschwinden würde. Am liebsten hätte sie es wieder vergessen, denn reden konnte sie mit keinem darüber. Das würde sie sich im Leben nicht trauen. Selbst Ginny hatte sie nichts davon erzählt, die es ja irgendwie eingefädelt oder eher provoziert hatte. Einmal hatte sie sich sogar überlegt, Malfoy aufzusuchen und mit ihm zu sprechen. Aber das war einfach nur absurd. Er wollte Sex, mehr nicht. Er hatte ausdrücklich gesagt, dass er mit ihr nichts Ernstes haben könnte. Sie hätte es wahrscheinlich eh nicht gemacht. Ihn aufzusuchen natürlich. Das passiert in einem Moment der Schwäche, als ein bestimmtes Lied in ihrem MP3-Player erschien, das sie an ihn erinnerte. Es hieß Ocean Eyes. So litt Hermine im Stillen für sich. Trotzdem bereute sie es, keine Sekunde mit ihm geschlafen zu haben. Ein besseres erstes Mal hätte sie sich niemals vorstellen können, auch wenn Malfoy die Messlatte ziemlich weit hochgelegt hatte. Und dabei meinte sie nicht den ganzen teuren Schnickschnack drumherum, eher die Art und Weise, wie er sie beim Sex führte. Jede Nacht bekam sie wieder dieses Kribbeln und Beben im Unterleib, wenn sie daran dachte. Es war einfach alles blöd im Moment. Sie legte ihre Ellenbogen auf die Theke des Cafés und stützte ihr Kind verträumt mit der Hand ab. Es war ein ziemlich helles, niedliches Café in warmen, braunen, beige Tönen. Es waren vielleicht nur rechts und links insgesamt 20 Plätze, die ab und zu ältere Leute oder Studenten besetzten. Es war immer etwas los, aber meistens war es nur Laufkundschaft, die sie schnell einen Kaffee und ein Stück Kuchen für den Weg mitnehmen wollten. Einige kannten Hermine und waren inzwischen Stammkunden geworden, weil sie sie so gerne mochten. Heute war es aber unheimlich still, fast wie verhext. Umso mehr freute sie sich, als die Ladentür klingelte und Harry und Ron gegen 15 Uhr grinsend eintraten. Hey ihr beiden, sagte Hermine lächelnd, nahm einen Lappen und wischte nochmal den Tisch, an dem sie sich setzen wollten. Gut siehst du aus, sagte Harry anerkennend und Ron nickte. Ja, stimmt. Hast du jemanden kennengelernt? fragte Harry grinsend. Ron warf Harry einen verärgerten Blick zu. Hört bloß auf, sagte Hermine mit einer wegwerfenden Handbewegung. Im Moment war ihr Selbstwertgefühl so ziemlich im Keller. Was wollt ihr trinken? Geht natürlich aufs Haus, sagte sie lächelnd zu ihren besten Freunden. Die beiden drückten sie kurz und setzten sich. Zwei Cappuccinos? bestellte Harry mit einem fragenden Blick zu Ron und rieb sich kurz die Augen. Für mich auch zwei Cappuccinos, nickte Ron etwas übermotiviert und Harry und Hermine ließen ihren Blick zu Ron wandern, der mit den Lippen zusammenpressend dämlich den Kopf nickte. Harry und Hermine brachen in Gelächter aus. Kommt sofort, sagte sie kopfschüttelnd und lächelte. Sie saß einige Zeit mit ihren Freunden und sah ihnen beim Zauberschacht zu. Ab und zu kamen Kunden hinein, denen Hermine Kaffee to go verkaufte. Ansonsten war absolute Leere. Es war inzwischen 16.45 Uhr. Gerade als Ron kurz davor war, die Partie Schacht zum zweiten Mal zu gewinnen, ging die Türklingel los. Alle drei wandten sich um. Hermine wollte gerade aufstehen, als sie plötzlich bemerkte, wer den Laden betreten hatte. Ist das nicht Malfoy? fragte Ron ungläubig. Hermine rutschte das Herz in die Hose. Sie fing leicht an zu zittern. Was macht der denn hier? fragte Ron weiter und Harry nahm in einem Schluck von seiner Cola, die Hermine ihnen vorher noch gebracht hatte. Na, wahrscheinlich dasselbe wie wir. Kaffee trinken. Malfoy nickte den Jungen zu. Harry nickte zurück. Plötzlich räusperte er sich mit rauer Stimme in Richtung von Hermine, wirkte dabei unfassbar arrogant. Ich will einen Platz, an dem noch keiner war. Hermine hatte das Gefühl, gleich umzukippen. Warum sagte er das, was sie zu ihm vor einer Woche gesagt hatte? Sie stand fassungslos auf. Ich komme gleich. Warte, ich komme mit, sagte Ron und wollte gerade aufstehen, als Harry ihn wieder auf den Platz zog. Er ist ein Kunde, Ron. Hermine kommt ganz gut alleine zurecht. Sie lief mit betäubten Schritten zu ihm, versuchte trotzdem selbstbewusst zu wirken und führte Malfoy zu einem Tisch auf der anderen Seite, der weit weg genug von Harry und Ron war. Dann lief sie zurück, nahm den Lappen von der Theke, lief auf seinen Tisch zu und blieb vor ihm stehen. Er sah sie mit einem selbstgefälligen Gesichtsausdruck an. Wieder diese strahlenden Augen, wieder dieser Duft. Hermine wurde schlecht, während sie sich langsam vorbeugte und seinen Tisch wischte. Was zur Hölle machst du hier? flüsterte sie kaum merklich zu ihm. Der Gedanke, dass Ron und Harry etwas von der Nacht zwischen ihnen erfahren könnte, bereitete ihr Bauchschmerzen. Na was denn wohl, Granger? Ich will Kaffee trinken, oder ist das ein Fitnesscenter? Er tat, als wäre er verwirrt und würde sich umsehen. Haha, sehr witzig. Zischte Hermine kratzbürstig und wandte sich mit Schwung um. Sie lief zurück zur Theke und nahm eine Karte, was sie sonst nie tat, denn ihre Kunden wussten üblicherweise, was sie trinken wollten. Wenn du bestellen willst, sag Bescheid. Sie versuchte mit aller Kraft, sich zusammenzureißen. Er zögerte. Sie drehte sich um, doch er schien bestellen zu wollen. Du kannst hier bleiben. Er warf einen lässigen Blick in die Karte, ließ dabei nur seine hellen Pupillen wandern und er nahm sich verdammt viel Zeit. Dabei nickte er gelegentlich und zog die Mundwinkel anerkennend runter, als wäre er gespielt beeindruckt über die Karte. Malfoy, bitte, flüsterte Hermine zwischen den Lippen. Er ignorierte sie, zog die Brauen zusammen und ließ sich weiterhin Zeit. Es war einfach nur eine Farce von ihm. Hermine stöhnte leise genervt auf, daraufhin fing er an zu grinsen, ohne von der Karte aufzusehen. Letzte Woche hat es sich noch anders angehört. Was? fragte Hermine einen Ticken zu laut und weitete fassungslos ihre Augen. Er hob seinen Blick und beugte sich selbstbewusst zu ihr vor. Einen doppelten Espresso, habe ich gesagt. Er hielt ihr mit einem süffisanten Grinsen die Karte hoch, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Hermine schnappte sie und wandte sich wie versteinert um. Sie ging hinter die Theke und bereitete seinen Espresso zu. Dabei rasten ihre Gedanken. Hermine, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Sie beobachtete ihn. Hoffentlich hatte er nichts vor. Er lehnte sich lässig in seinen Platz. Seine eleganten Drachenlederschuhe schauten unter den Tisch hervor, weil er so groß war. Er trug ein weißes Hemd und eine schwarze, elegante Hose. An seinem Handgelenk prangerte eine teure Uhr. Hermine fiel erst jetzt auf, dass um seine rechten Finger ein Verband war. Was wohl passiert war? Ist alles in Ordnung, Hermine? fragte Harry, kam auf sie zu und riss sie aus ihren Gedanken. Natürlich, sagte sie und senkte den Blick zum Espresso, den sie zubereitete. Wenn etwas ist, sag Bescheid, flüsterte er und Hermine nickte. Sie versuchte zu lächeln, aber in ihrem Inneren breitete sich pure Angst aus. Was hatte er bloß vor? Sie lief mit dem doppelten Espresso auf einem Tablett zu ihm. Daneben war ein kleiner Keks, den man dazu gratis bekam. Am liebsten hätte sie ein Schlafmittel hineingetan. Er musterte sie, während sie den Kaffee abstellte. Für wen hast du dich denn so schick gemacht, Schatz? fragte er trocken, ohne einen Hauch von einem Lächeln und schob sein Espresso zu sich heran. Hermine hob verärgert den Blick zu ihm. Leider wurden ihre Knie dabei weich. Mäffel, bitte, meine Freunde sind hier, flüsterte sie ihm eindringlich ins Gewissen. Er lächelte großkotzig und nahm einen Schluck von seinem Espresso. Nicht schlecht. Gibt es Zucker? Ich würde dich gerade am liebsten umbringen, flüsterte sie verärgert. Ich weiß, erwiderte er rau und genoss es, dass Hermines Situation so ausweglos war. Sie brachte ihm Zucker in kleinen Tüten und wollte gerade wieder gehen, als sie sich wieder schnippig zu ihm umwandte. Brauchst du vielleicht noch etwas, bevor ich zweimal laufe? Er grinste sie an. Hermine seufzte und beugte sich leicht zu ihm vor. Okay, sag es. Was willst du von mir? Ich sagte bereits, was ich will, sagte er arrogant. Und das wäre? Ein Platz, an dem keiner vorher war. Malfoy, flüsterte Hermine verstört. Diesen Platz hast du bereits bekommen in der Nacht, in der ich so blöd war und mich auf dich eingelassen habe. Er sah ihr tief in die Augen. Sofort verunsicherte es sie wieder. Sie waren so wunderschön. Unbewusst wurden ihre Gesichtszüge weicher. Ich sehe, du hast immer noch nicht legal imens geübt, Süße. Er schnalzte arrogant mit der Zunge und rührte gespielt, bedauernd, seinen Zucker in den Espresso ein. Hermine klappte kurz die Kinnlade auf. Sie wandte sich erneut zu Harry und Ron um, die sie von hinten anstarrten. Sofort wandte sie sich wieder zu Malfoy um. Können wir das bitte nachher besprechen? flüsterte sie eindringlich. Nein. Er trommelte unbeeindruckt mit seinen gesunden Fingern auf dem Tisch, als würde er abwarten. Sie atmete verärgert Luft aus. Gut, was genau willst du? Küss mich. Bitte, zischte Hermine fassungslos. In dem Moment klingelte die Ladenglocke und eine ältere Dame trat ein. Ich bin sofort da, rief Hermine erfreundlich zu und sie hob die Hand. Lassen Sie sich Zeit, erwiderte sie freundlich. Hermine wandte sich wieder zu Malfoy um und stellte ihre Hände verärgert auf den Tisch ab. Hast du den Verstand verloren? Nein, der ist für den Abgang, den du letzte Woche gemacht hast, sagte er arrogant und hob seine Brauen. Du willst, dass ich dich küsse als Entschuldigung, weil ich nicht weiter deine Affäre sein will? Also willst du mehr sein als meine Affäre. Hermine war sprachlos. Sie fixierten ihre Blicke. Wieder hörte sie ihren Namen. Es war Harry, der gerade absolut störte. Hermine! Ja, Harry! sagte sie genervt und wandte sich um. Ich übernehme für dich, okay? rief Harry und augenblicklich fühlte Hermine sich schlecht. Danke, Harry, ich komme gleich. Sie wandte sich wieder zu Malfoy. Wann habe ich das bitte behauptet? Ich weiß, dass es so ist. Er war so fucking arrogant, dass es ihr schwer fiel, die Haltung zu bewahren. Voran? fragte sie verwirrt. Er schnaubte lachend. Granger, bist du immer so nervig? spottete er. Du hast es mir doch letzte Woche selber gesagt. Ich will nicht weiter deine Affäre sein, verstanden, wisperte sie wütend. Was möchtest du denn sein, Schatz, meine Freundin? Hermine starrte ihn fassungslos an. Wie konnte man so dreist sein? Er beugte sich langsam zu ihr vor, hob seine Hand und hielt sie hoch. Die Fingerkuppe, die aus dem Verband rausschaute, war vorne komplett blau angelaufen. Hermine weitete entsetzt ihre Augen. Was ist passiert? Ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Wieso? Er fuhr sich mit der gesunden Hand genervt durch das Haar. Salazar im Himmel, seit wann bist du so begriffsstutzig? Seitdem du nicht einfach sagst, was Sache ist, erwiderte Hermine verärgert. Natürlich deinetwegen, er hat mich verflucht. Hermine war nun restlos überfordert. Sie fing an zu zittern. Meinetwegen? sagte sie unsicher. Salazar, ja, du bekommst deinen Scheißplatz und jetzt will ich meinen, küss mich vor deinen Freunden, verlangte er. Das war zu viel Information für Hermine. Sie starrt ihn einfach nur ungläubig an. Du hast dich meinetwegen mit deinem Vater gestritten und er hat dich verflucht? Ja und ja. Und jetzt ist das für ihn okay mit mir? Okay, noch lange nicht. Aber der erste Schritt ist getan. Du darfst es Männer betreten, ohne angegriffen zu werden. Sie sahen sich in die Augen. Hermine konnte ein Lächeln nicht verhindern. Ihre Brust fühlte sich so eng an, als würde sie jeden Moment platzen. Vor Glück. Jetzt hör auf, so blöd zu grinsen und küss mich endlich, flüsterte er rau. Hermine wandte sich erneut zu ihren Freunden. Harry stand an der Kasse und Ron futterte gerade Kuchen, den er sich geklaut haben musste. Sie starrte die beiden noch immer wie paralysiert an. Hermine wandte sich wieder zu Malfoy. Er hob abwartend seine Brauen. Er wollte unbedingt, dass sie jetzt litt. Er wusste, wie schlimm es für sie sein musste, dies vor ihren Freunden zu tun, aber für ihn musste es wahrscheinlich noch schlimmer mit Lucius gewesen sein. Oder? Dagegen waren ihre Freunde das kleinere Übel. Aber was sollte sie tun? Es war ihre Chance. Er war gekommen. Für sie. Der Mann mit den schönsten Augen der Welt. Und sie wollte ihn unbedingt für sich. Sie nahm tief Luft. Ihr Herzschlag musste sich beruhigen. Okay, flüsterte sie sich selbst Mut zu. In einer blitzschnellen Bewegung beugte sie sich vor, krallte ihn an seinem Hemd und drückte ihm einen Kuss auf die Lippen. Sie kniff ihre Augen zusammen, spülte ein Grinsen an seinem Mundwinkel und fühlte sich so furchtbar verlegen, dass sie schon fast Angst hatte, ihn loszulassen und der Realität ins Auge zu sehen. Und als sie das tat, grinste er zufrieden und legte sanft seine gesunde Hand auf ihren Nacken. Sie hörte, wie hinter sich jemand vom Stuhl fiel. Erschrocken wandte sie sich um. Es war Ron. Ihr, ihr, sagte Harry und deutete auf die beiden. Er kratzte sich am Hinterkopf. Hermines Wangen waren heiß, sie schlug sich die Handflächen vor Scham aufs Gesicht. Ihr seid ein Paar? fragte er fassungslos und blickte von einem zum anderen. Er zog Hermine an ihre Hüfte zu sich heran und setzte sie auf seinen Schoß. Was sagst du jetzt, Potter? Granger gehört mir. Er grinste so visant. Harry schluckte schwer und räusperte sich zweimal. Ähm, ich, ja gut, dann müssen wir das tolerieren, auch wenn ich dich trotzdem nicht leiden kann. Da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung nach am Gesicht. Hermine fing an zu kichern und konnte sich kaum beruhigen. Unabhängig von dem Gefühlschaos war diese Situation einfach unfassbar komisch und surreal. Beide Männer runzelten die Stirn. Hat sie Fieber? fragte Harry und Draco zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, du musst sie doch besser kennen. Als sie sich wieder beruhigt hatte, wandte sie sich zu Draco. Woher wusstest du überhaupt, wo ich arbeite? Ich hab einfach bei deinen Eltern geklingelt, sagte er wie selbstverständlich. Bitte? fragte Hermine fassungslos und wischte sich die Lachtränen vom Gesicht. Ach komm schon, die wussten doch eh, dass du sie verarscht hast. Hermine starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen auf. Ja und weiter? Nichts? Wir haben zusammen gefrühstückt. Hermine fing wieder unglaublich an zu lachen. Wie verrückt war das bitte? Ausgerechnet er saß mit ihren Eltern und frühstückte so mir nichts, dir nichts? Wie zur Hölle konnte ein Mensch so selbstbewusst sein? Wobei ihre Eltern ja auch wirklich umgänglich waren, im Gegensatz zu seinen. In dem Moment war Ron wieder zu sich gekommen. Er stand seufzend vom Boden auf und fing verwirrt an zu lachen. Ich hatte gerade einen echten, irren Albtraum, Hermine. Ich hab geträumt, dass du und May... Er riss seine Augen auf und sah Hermine auf dem Schoß von dem Blonden sitzen. Erneut fiel Ron in Ohnmacht. Ich bring ihn lieber nach Hause, sagte Harry seufzend und stand auf. Hermine zeigte Draco ihr kleines Zimmer. Es war unfassbar seltsam, dass gerade er hier stand. immerhin war er reich und mit Sicherheit Besseres gewohnt. Er sah sich um. Überall lagen sortierte Bücher, Hefte, Notizen, Ordner. Sie musste wirklich viel lernen. Sie blieb unschlüssig am Türrahmen stehen und beobachtete ihn dabei. Es ist schön hier, sagte er rau. Er war mit Sicherheit einen anderen Standard gewohnt, aber die Worte kamen ehrlich aus seinem Mund. Sie lächelte. Er sah ihr aufrichtig in die Augen. Deine Eltern sind gute Menschen. Ich fühle mich hier mehr zu Hause als bei mir. Hermine kam hinein und schloss die Tür. Sie lief wie ein kleines Mädchen auf ihn zu und drückte ihn verlegen. Sie legte beide Arme um ihn. Er legte seine gesunde Hand auf ihren Rücken. Wann hast du entschieden, dass du mit deinem Dad reden wirst? flüsterte sie in die Umarmung. Er überlegte kurz. Noch in Hogwarts. Nicht, weil ich Jungfrau war und du ein schlechtes Gewissen hattest? Rät kein Unsinn, Granger. Natürlich nicht. Es waren deine Augen. Hermine lächelte und er seufzte verärgert. Du hättest es mir trotzdem sagen sollen. Ich wäre vorsichtiger gewesen. Hermine lächelte in die Umarmung. Das warst du doch. Sie seufzte nun auch. Ich hasse dich. Du hättest es mir auch vorher sagen sollen. Ich wollte nicht, dass du dich mit deinem Dad streitest. Wird schon, sagte er und Hermine erhob sich aus der Umarmung. Sie gab ihm schüchtern einen Kuss auf die Lippen. Sofort stieg er mit in den Kuss ein. Es war so innig, voller Liebe und so intim. Sie freute sich einfach unglaublich auf die kommende Zeit. Sie wussten nichts übereinander. Sie kannte seine Lieblingsfarbe nicht, seine Hobbys nicht, was er gerne aß. Sie wollte einfach alles über ihn erfahren. Nach einem langen, wunderschönen Kuss lösten sie sich voneinander und lächelten sich an. Tut dir deine Hand sehr weh? Meine Hand ja, aber nicht mein Schwanz. Er fing frech an zu grinsen. Du bist so ordinär, lachte Hermine kopfschüttelnd und bekam hochrote Wangen. Ich hab hier irgendwo hallende Zaubertränke, ich bring dir welche. Draco setzte sich auf ihr kleines Bett. Er wirkte so unheimlich groß darauf. Hermine wollte gerade aus dem Zimmer gehen, als ihre Mutter an der Tür klopfte. Ja? fragte Hermine und öffnete die Tür. Hey ihr beiden, das Abendessen ist gleich fertig. Du bleibst doch Draco, oder? Ja, danke Mrs. Granger, sagte er grinsend und ihre Mutter zwinkerte. Dann komm mit, ich habe einige Flaschen Bierbutter, wenn du möchtest. Butter, Bier, Mom, sagte Hermine und presste lächelnd die Lippen zusammen. Ihre Eltern waren wirklich süß. Sie gaben sich die größte Mühe, dass der neue Freund ihrer Tochter sich wohlfühlte und waren dabei etwas zu übermotiviert. Trotzdem war sie froh darüber, dass sie so verständnisvolle Eltern hatte. Aber sie hatten vergessen, dass Dracos Selbstbewusstsein für zehn Leute reichte. Er stand auf. Ich begleite sie, Schwiegermutter, scherzte er und ihre Mutter fühlte sich augenblicklich geschmeichelt. Er machte eine Geste, um ihr den Vortritt zu lassen. Du bist so ein Charmeer, du befällst mir, sagte Mrs. Granger grinsend und wandte sich zu Hermine flüstern mit erhobenen Daumen um. Er ist spitze! Hermine lächelte verlegen mit zusammengepressten Lippen. Ihre Mom lief vor, als Draco plötzlich noch kurz stehen blieb und etwas aus seiner Hose herausnahm. Hermines Blick wanderte zu dem Gegenstand. Es sah aus wie eine kleine Karte. Er räusperte sich und reichte ihn ihr. Das ist für dich. Für mich? fragte Hermine überrascht und nahm es entgegen. Schau es dir in Ruhe an. Bis gleich. Er wandte sich um und ging. Ihm schien das schrecklich unangenehm zu sein. Hermine wandte sich verwundert zu dem Briefumschlag. Sie wollte ihn gerade öffnen, als es in ihrer Zimmertür an dem Fenster klopfte. Sie wandte sich um. Es war Eulenpost von den Weasleys. Überrascht nahm Hermine den Brief der Eule entgegen und öffnete ihn. Er war von Ginny. Er ist eine Zehn von Zehn, aber mag deine Freundin nicht. Was ist er dann? Gin. Hermine fing an zu lachen. Mist. Harry hatte es Ginny erzählt. Sie nahm einen Stift und kritzelte grinsend auf das Blatt. Ich hoffe, bei deinen und Harrys Lästereien über mich ist wenigstens eine Beziehung rausgesprungen. Sie schickte den Brief mit der Eule ab und widmete sich dann aufgeregt dem Briefumschlag. Langsam öffnete sie ihn. Es waren zwei Flugtickets und eine handgeschriebene Karte in schöner, kursiver Schrift. Lass uns gemeinsam an einen Ort, an dem noch keiner war. Draco. Hermines Augen fingen an zu tränen. Es waren Tickets für Kalala Island, einer Privatinsel in der Karibik. Sie wollte gar nicht wissen, wie teuer das war. Sie war so unfassbar überrascht über diese Geste. War er denn verrückt geworden, so ein teures Geschenk zu machen? Hermine presste seine Karte an ihr Herz. Er hatte viele verschiedene Facetten, das wusste sie. Er konnte frech, dreist und arrogant sein, aber das war definitiv die romantischste Seite an ihm, die sie eben kennengelernt hatte. Sie freute sich auf die Zukunft mit ihm, auch wenn es mit seinen Eltern noch ein steiniger Weg werden würde. Er war es wert. ein kleines süßes Happy End. Welche Überraschung. War einer Drameini. Nein, aber es war eine sehr süße Geschichte. Und während ich das hier alles aufgenommen habe, die letzten drei Tage natürlich, ich habe ja nicht vorproduziert oder so, hat mir Mila geschrieben, dass sie mir tatsächlich nochmal einen kleinen One-Shot jetzt für die Weihnachtszeit schreibt, weil mir noch zwei Türchen fehlen und die kommen dann, morgen ist ja erstmal Donnerstag, da kommt erstmal The Right Thing To Do und danach, die zwei Tage, kommt dann nochmal ein kleiner One-Shot von ihr und ich hoffe, darauf freut ihr euch auch und schaut dann auch vorbei oder generell beim Adventskalender natürlich noch. Ja, dann hoffe ich, hattet ihr viel Spaß. Vielen Dank an Mila für die süße kleine Geschichte und wir hören uns demnächst und folgt mir gerne auf Instagram oder so, da poste ich ja auch immer ganz gerne in meinen Storys Sachen und ja. Also, Tschüss.